So, hallo Werder-Fans, ich bin der Figo. Ich komme aus dem Schwabenland, in der näheren Umgebung von Ulm. Ich bin jetzt auch wie die Mannschaft zum siebten Mal hier und ich freue mich jedes Mal, weil Zillertal ist einfach eine geile Sache. Nette Leute, nette Gegend, supergeil. Und ich freue mich dieses Jahr besonders auf die Saison, weil ich einfach denke, mit Kohfeldt haben wir einen richtig guten Trainer, der die Mannschaft motiviert, der einen klaren Plan hat. Und ich bin überzeugt, dass wir hoffentlich dieses Jahr eine gute Saison spielen und nichts mit dem Abschick zu tun haben. Mit dem Kader bin ich mehr oder weniger zufrieden. Klar, die Abgänge, die Lainey und Ionuzovic, die tun uns weh. Aber ich hoffe, so wie ich Frank Baumann kenne, wird er noch nachlegen. Und dass wir, wie gesagt, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dass wir einfach eine sorgenfreie Saison spielen können.